Oh geil. Du musst gar kein Level spielen. Ja, guck mal was er ist. Level 4. Ja. Pickabox. Mann, Mann, Mann. Nur die Dinger. Okay, ich probiere was. Mit dem Hammerbruder das kaputt zu machen. Oh nein. Aha. Okay, könnte vielleicht auch klappen. Meine ich doch gerade. Nee, geht nicht. Geht nicht. Oh Mann. Schade, ich hätte die zwei Leben gebraucht jetzt. Nee. Egal. Ich habe einen anderen Plan. Yo. Ich riskier's. Ba-ba-ba. Du hattest zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich gespeichert drauf, ne? Ja, bei Level 4. Dass ich das geschafft hatte, ne? Ja. Hass hattest du. Boah, ihr seid so schwule Scheißdinger, ey. Boah, ihr seid so kacke, Level-Entwickler. Oh mein Gott, ich scheiß mir gerade in die Buchse, weißt du das eigentlich? Ich scheiß mir gerade voll hart in die Buchse. Du scheißt dir immer in die Buchse. Oh mein Gott, ich werde eingequetscht wie eine kleine Sardine. Du bist eine kleine fette Sardine. Oh mein Gott. Oh, da ist das Ding. Nee, ich schaffe das nicht, Alter. Das ist voll rutschig. Oh mein, nein, 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 nein. Ich will nicht. Oh mein Gott, die fette Erbs ist da oben. Die fette Erbs. Alter, geh doch weg. Das ist voll rutschig. Geh weg. Das ist voll rutschig. Alter, ich scheiß mir in die Buchse. Geh weg. Ich kacke mir in die Hosen. Stall, ah. Mein Gott, ich hab mich eingeschissen. Boah, das Ding ist so rutschig und der kriegt so viel Gas drauf. Gas. Ach so. Alter, hab ich mich eingestuhlt, ne? Boah, was war meine Hose? Kann ich mir echt gut bei dir vorstellen, dass du es hingekriegt hast. Hallo. Will der gleiche Scheiße. Warum kriegst du dir zwei Leben? Weil sie dir noch ins Gesicht kacken damit, ne? Die Fresse. Das Level habe ich hier wenigstens geschafft, dass wir weiterkamen. Aber ausnahm zweitemal. Geil. Das sind so Wands, ne? Hä? Was meinst du? Diese Wands gerade. Die sind zu chaotisch. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ding war zu schnell. Weil ich war zu langsam. Hallo? Ja. Ne, ey, ganz ehrlich. Ich hab mich da eingeschissen. Ich muss geh auf Toilette. Ja. Ey, das ist voll warm und schmierig. Das ist ekelhaft. Na, lecker. Ich hätt's ja fast geschafft, ne? Ey, hätt ich ein Leben, hätt's so ein Leben mehr gehabt, ne? Hattest du aber nicht. Boah. Oh mein Gott, ich hab mich schon wieder eingeschissen. Oh meinst du Quatschkopf. Frag nicht. Was war das? Hab gefragt, was war das? Frag nicht. Frag aber. Nein. Was war das? Was war das? Na, wie wollte ich gerade in meine Richtung springen? Ich hab nur noch ein Leben, ne? Du weißt, welches Level dann... Was? Hä? Du weißt, welches Level dann für dich kommt, ne? Danach. Was? Das Super Level, wo du noch 21 Sekunden hattest. Hm. Wieso, du kannst auch neu laden. Und bist du wieder dran? Ne, warum soll ich denn neu laden? Weil wir die vier da schon hatten. Na und? Das ist ja gecheatet. Ja und? Ja und? Wir wollten, wir haben gesagt, wir wollen weiterkommen, deswegen machen wir das. Ja toll, da hätte ich auch gerade bei dem Boss speichern können. Ja, warum hast du das nicht gemacht? Weil ich gedacht hab, wir machen das nicht. Wir haben doch gesagt, wir machen das. Toll, ganz ehrlich. Warum sagst du mir das jetzt? Ich hätte den Boss einfach machen können nochmal. Weil ich dachte, du merkst, sie das. Nein. Weil wir das beim letzten Mal auch gemacht haben. Ja, beim letzten Mal dachte ich, das ist einfach nur, weil wir so lange an diesem Level hingen. Ne, wir haben ja gesagt, wir wollten das ja machen. Ne, ne, ich dachte nur, das Level wäre das gewesen. Nein, nein. Doch. Wir wollten doch langsam mal das Spiel durchschaffen. Ja, schon, aber ich dachte jetzt, weil wir bei dem Fünfer, der wir so lange gebraucht haben, wäre Fünferwelt. Ne. Wir haben doch gesagt, wir machen das, um das langsam durchzukriegen. Scheiße, du Fettsäcke. Was machst du da? Ja, das war klar. Das ist so ein scheiß Sprung hier. Ach komm, ihr seid doch alles geistreich immer. Guck mal, ich hab dich so abgelenkt, dass du es geschafft hast. Ne, durchs Hüpfen, durchs Ablenken mit dem Hüpfen hat mich das schon gereicht. Sobald ich dich gequatscht hab. Ja, ja, ja. Jetzt hast du gespeichert, ne, wahrscheinlich. Hallo? Soll ich speichern? Ja. Okay. Woher es geschafft ist. Ich hoffe, das wäre wir hier schon noch. Ich habe aber nur ein Leben, ne? Fuck. Boah, ich kack mich voll in die Hose. Ich habe nur noch den hier. Ja, geil. Soll ich jetzt neu laden oder nicht? Ja. Okay. Aber dann bist du ja nochmal dran, ne? Ja. Du warst doch eh gerade dran. Dann bist du auch gestorben. Das stimmt. Ja gut, wenn du jetzt... Du warst... Hä? Nein, mein Knopf. Du hängst unter dem Eisblock fest. Mein Knopf? Schon wieder? Ich häng ihm schon wieder fest. Deswegen kam ich da nicht weg. Deswegen konnte ich nicht springen. Mein Knopf meinte, Ach, fick dich. Ich bleib mal hängen. Oh, Mann. Du rutschst dann aber immer zu weit, ne? Ey, was sollt man das machen? Ach, du bist nur am Rutschen hier. Ja. Komm und nicht sterbe doch. Ach, scheiße. Das hätte ich gebrauchen können. Danke. Ich hab die andere Tastatur gerade hier. Hm. Ich hab die nicht getauscht. Weil nämlich an der Tastatur ist ziemlich ganz klar. Das ist ein USB-Anschluss. Okay. Und Headset. Hätte ich auch mein Headset anschließen können. Aber da ist die Qualität scheiße. Okay. Obwohl ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber ich vertraue der Tastatur nicht. Ich vertraue der wirklich nicht. Dass das Hund nicht scheiße ist. Das können wir morgen ausprobieren und nachher machen. Weil ist das Hund ja doch gut. Oder vielleicht besser. Tja, weil der Sound momentan irgendwie so für den Arsch ist. Warum meiner? Weil du dich bei mir voll komisch anhörst. Am Arsch. Wirklich so. Ich hör mich wie immer an. Ja, wie immer scheiße. Und ich stirbst du, ey. Scheiße. Ich bin die Scheiße. Ich bin ein netter Mensch, ey. So. Glaub an die Kraft des munteren Bärens. Du kennst die Kraft des munteren Bären nicht? Ey, come on. Das ist nicht dein Ernst. Jeder kennt die Kraft des munteren Bärens. Nee. Du nicht. Das war klar. Jeder andere kennt die Kraft des munteren Bärens. Das schmeckt's? Ja. Jeder kennt die Kraft des munteren Bärens. Ich wüsste nicht, wer noch... Das ist der heilige Kraft... Kraft Bäros. Ja, jeder kennt die Kraft des munteren Bärens. Hast du gerade richtig gesagt. Außer du. Jeder kennt die Kraft nicht, hast du gesagt. Jeder kennt die Kraft. Ach, laber nicht. Das ist der heilige Kraft des munteren Bärens. Ich muss dich schon mal gerade einsetzen. Ich frag mich trotzdem, wenn man noch was da oben sein soll. Geh doch einfach hin und frag. Ja, hallo. Was kann ich da haben? Sind sie scheiße? Nein, ich heiße Flash. Ich bin der Affe. Hä? Der Affe, du. Ja, der Pilz, der kommt jetzt genau gelegend. Ich dachte mir, bleib ich einfach mal stehen. Kann man ja einfach mal probieren. Springen wir auf den Button. Da ist noch keiner von uns drauf gesprungen. Scheiße. Ich hätt mal stehen bleiben sollen. Hättest du mal. Guck mal, der muntere Kraftbär, ne? Weil du nicht dran glaubst, hab ich's grad nicht geschafft. Du musst fest dran glauben. Glaub an die Kraft des munteren Bärens. Ich muss den Pilz haben. Siehst du, hat der muntere Kraftbär wieder zugeschlagen. Ah, siehst du? Oh, kümmer hier auch. Ich spring jetzt einfach runter, ey. Der Sound ist ein bisschen verbackt, ne? Nö, bei dir vielleicht. Ah, jetzt kommt er wieder. Wow, er ist da mal nicht hochgesprungen. Ja, der muntere Kraftbär hat gesagt, ich soll warten. Auf den richtigen Moment. Ja, aber da doch nicht. Oh mein Gott. Der zerquatscht mich. Der zerquatscht dich? Okay, jetzt schaff ich's nicht. Weiter. Oh mein Gott, du hast so recht. Hallo. 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 Ich bin, ich bin ne Armwedler, ich bin ne Armwedler. Ah, du bist so scheiße, du Kackfisch. Ich bin ne Armwedler, ich bin ne Armwedler. Ich wehle mit meinen Armen. Ah, la, ist ja schnell. Ich hab doch gesagt, mit dem Extra-Leben schaffet das. Ja. Bin ich bestimmt leise, ne? Mh, mh. Oh, oh, ja, geil. Oh, 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 oh. Mh. Hey. Jetzt kann ich ja einmal sterben gehen. Ja. Äh, komm, es ist wieder grün. Und nicht so rutschig. das ist kein oberlumpa kostüme du hast kein oberlumpa kostüme noch gestorben mit dem stück zweimal in den dingern mit dem oberlumpa kostümen nein so was macht man doch nicht doch ja meine freunde das ist ja gemeiner service du bist behindert da ist 5 euren pilzsonne ich wusste es da ist ein haar für titler du hast dann das gleiche gedacht so auch nicht oh mein gott da darf ich rutschen ich darf da rutschen oh mein gott der hat mich angeschissen natürlich trifft er dich auch noch bitte das ziel ich fange den block ich fange den block man war das level eigentlich einfach kriegt die pussy aus dem leben und eigentlich wollte er ja gerade sterben oh man wie weit geht das denn noch wie weit geht das denn noch bestimmt 3 schlösser bestimmt end es gibt eigentlich 9 welten eigentlich das mich aber wundert warum das zu lange geht deswegen frage ich gerade wie weit geht das denn noch ich hatte das nie deswegen kann ich mich auch das level nie ändern da kann man nicht rein schrinkt einfach da drunter auch nicht da doch nicht ja da oh tschüss pilz tschüss pilz oh tschüss es ist noch 10 kilometer weiter ja das ist viel zu rutschig oh nein grab dich durch grab dich durch grab dich durch der frisst dich der frisst dich hast doch gesehen dass er dich fressen wollte oh mein gott wie weit naja nicht wirklich weit es geht du bist du bist du bist du bist du bist oder du bist du bist du bist